Ja, willkommen zurück zu Black Mesa. Hier ist nichts verwendbar. Boah, die wird stärker aus an Waffen. Das ist jetzt aufgegangen. Hinten. Kann ich auf. Weg mit dir. Gut, ich bin weg. Oh, du Kacke. Da sind Mine. Da ist ne Mine. Da ist ne Mine. Da sind Reste. Mal euch anwesieren. Oh. Ich muss noch da. Gut. Gut. Denkst du machen den Weg frei. Oh. Oh, das ist ein Nervenpie. Gut. Gut. Blut, nah. Blut, nah. Etcrap, stu. 75% 75% Bienenfeld Ja, tschüss Da war schon wieder Wasser Gott Ach das Hier sind noch ganz andere Viecher Auf die brauche ich eine stärkere Waffe Ja, ich Oh Gott Wo muss ich hin? Nach da, nach da Ich hab doch keine Ahnung Yo, kommt 1-8 1-8 2 runter Ich kann es also nicht benutzen Vielleicht sind die Blödsatzung Das war es auf jeden Fall noch lange nicht Ich muss in dem Gebirge rumkraxeln Ich kann es auch nicht benutzen Ich bin Ich bin Und schon ist Ruhe. Na, bist du tot? Ich will da hin. Ich will da hin, wo ich da so runter muss. Ich will da rüber. Ich will da hin. So. Nein! Nein! Oh Gott. Ich muss nicht irgendwie das... Ich will da hin. Oh Mann. Ich will da hin. Der ist hin. Der ist auch hin. Ich will da hin. Okay. Okay, das war wenig erfolgreich. Ich will da hin. Ich will da hin. Die Metallstreifen halt unten. Meine Herren. Das ist halt... Das war... Wendung. Aber ist egal. ok genau da wollte ich drauf da muss ich runter weil die tür glaube ich zu ist zu da immer wieder frisch ist okay dahin nicht verwendbar wieso krieg raketen wenn ich noch kein raketenwerfer eine menge zeug hier also kriege ich gleich einen raketenwerfer was gibt es hier noch irgendwas spannendes wenn ich hier runterrutschen können ob wir hier runterrutschen können wenn ich den einfacheren weg gehabt aber ist okay naja komme ich mir klar gut haben wir das auch gesehen machen wir wieder Reste irgendwas kommt doch gleich weg mit hier auch noch weg mit dir du willst so fegel kriegst du den trocken sind drinnen ja wo ist denn mein raketenwerfer bitte danke ich brauche ich da einen raketenwerfer raketenwerfer kann ich auch eine million von diesen dingern aufnehmen kriegt mir denn auch nix wo ist bergen zur schwebs hier 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 Kommt der so durch? Ja. Ich kann nicht sprengen. Da hat ich den Raketenwerfer. Jawohl, in der Raketenwerfer. Selbstschutzanlagen, alle außer Gefecht gesetzt. Gegenwerfer voll. Ich glaube, das brauche ich gleich. Da hat es nicht gerechnet, wa? Mr. Selbstschutzanlage. Wollen wir nochmal aufladen hier. Gab es hier einen Knopf drin? Hier gab es glaube ich nur den Raketenwerfer. Wenn ich den jetzt zumache... Geht dann der auf? Tschüss. Oh, da habe ich auch was übersehen. Geht jetzt die Tür auf? Nein. Vielleicht muss ich wieder raus. Wo gehts lang? Hier gehts ja draußen lang. Die Raketenwerfer. Bestimmt war ja linker gegen. Wo ist das? Wo ist das? Na komm schon. Du, was hat schon... Wo ist das schon? Wo? Der will das aber wissen. Ist gut. Das Raketen kann ich auch. Das war's mit dir. Ah, mal heiland. Ja. Ist das hier reingekracht? Hast du mir den Weg freigemacht? Dort bist du hingekracht. Hm. Okay. So. Schon mal ein Problem weniger. Jawohl. Das war's doch lange nicht. Mal... fallende Steine. Das war's noch Kraftwerk. Was ist denn hier mit einem Stein? Oh Gott. Das ist halt Crap. Das ist so... Na? Na? Der schafft das ja nicht. Die gefürchtete Crowbar. Die gefürchtete Crowbar. Na komm. So. So. Ist hier nicht noch etwas? Okay. Dann komm ich durch. Ah, nicht. Da. Einmal nach da gucken. Dann gehen wir's mal geradeaus. Ich hab hier ganz schön viel Heilung. Entspannt euch. Stimmt doch irgendwas nicht. Irgendwas stimmt doch hier nicht. Irgendwas ist doch hier nicht richtig. Irgendwas ist doch hier nicht richtig. Neuland. Nicht genau. Schütz. Ah, ich bin in der kugelsicheren Hütte. Der Panzer bestreit. Der Panzer bestreit. Gut. Das sind paar Miese. Komm ich hier lang. Hier ist ein Medkit gewesen. Hier hatten wir auch noch Zeug. So. Ich bleib hier. Da haben wir auch Zeug runtergeschmissen. Na ja. Hier war da noch irgendwo Zeug. Ja. Wie ist das? Hier krieg ich einen Raketenwerfer. Ja ja. Ist gut. Gut. Hier kommen können. Okay. Hier kommen können. Mit einem Lkw. Ja. Ist ja gut jetzt. Wir wissen ja. Ich hab ihn. gut. Das war's noch nicht. Push. 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 . Ahh. Tauflos war ein freeman. Wo? Wo? Da ist er Und weg Hier geplatzt So Leute Ich würde sagen Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder Bis denn Ciao